Ich hab einen gepuncht. Hier ist neuerdings bei mir. Ja, ich hab nur Wraith gechest, aber ich muss jetzt zusehen, dass ich irgendwie Loot krieg. Ja, ich hab die Lifeline gefinisht. Oh, hier ist noch einer. Teil hier grad. Hier ist ein Bloodhound, den ich noch gefinisht hab. Schön. Noch keine Waffe. Unten bei dem hab ich einen gefinisht. Okay. Da oben drauf. Einer hat knocked obere Ebene. Hier ist noch ein zweites Team. Ich push die gleich vor uns. Ja, ich auch. Nocked. Hinter uns. Broke. Die Nocked ist tot. Noch mehr. Redbroke. Sauber. Den Rücken geschossen wird. Ich hab hier einen. Ja. Schön. Nein. Warum bin ich stuck? Rechter Broke. Noch links einer. Easy. Was? Das war's schon. Ja, das hatte ich auch nicht erwartet. Ja, der ist schon fast Broke. Jetzt ist er Broke. Noch einer Broke. Der ist super low. Home ist Gibi. Vor dem. Low. Shit. Spidal Low. Letzte auch Broke. Oh no. Hä? Einen hab ich knocked. Den hab ich gefinished. Mach seine Ult da drauf und ist runtergefallen. Er springt runter. Ja, noch einer knocked. Die sind halt dumm. Er pusht so ein bisschen. Ja, der ist fast low. Der ist tot. Es sind halt noch zwei, das ist das Problem. Macht sein Ult wieder. Auf den einen hinterm Baum, der ist goldet jetzt. Doch nicht. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Sein rumgeflieger. Links unter dem Baum ist einer. Ja, die haben gerevived. Ja, die haben gerevived. Das waren alle, glaube ich. Ja, die haben gerevived. Ja, die haben gerevived. Uff. Vernichtet, Junge. Da gab's nochmal Damage. Ich hab kaum mehr. Da gab's nochmal Damage. Ich hab kaum mehr. Bei mir ist ein Gegner. Der ne Rüstung hat. Der ist bei uns auch bei dritten. Okay. Der ist gestern. Digga, das kann nicht wahr sein, Alter. Ich raste aus. Er puncht mich einfach zweimal über die halbe Map, Alter. Da ist richtig. Ich flanke hier unten lang. Oder ne? Ich zipline einfach. Oh mein Gott. Ich bin tot. Kannst du? Ach ne. Ich hatte ja totem. Jungen, mir ist auf der zipline entgegengekommen. Wir sind zusammengestoßen. Tja, ich hatte totem. Er hatte tot. Pfff. Pfff. Unser Loot liegt jetzt hier. Pfff. Unser Loot liegt jetzt hier. Die haben denn. Das ist der ist alleine, oder? Ne? Doch. Ja, die haben wahrscheinlich Revenant-Pult an, war. Dase matrices zu haben. Ist gut, dann? Wστε aber falsch nicht. Wir machen die defenciaern. Quass cintat war zu müssen. Hier. Masse Turns ein armstone. Dann hatte jemandem gewert sich. B全 hier. Sarah... Und dabei jetzt seid ihr zu? Exemplate den Laden. Ach komm, dann geh ich da jetzt rauf. Und Schiss. Benser! uter! Für meine pharmacist. Die mercado für die Zukunft.